Hallo da draußen, herzlich willkommen hier zu meinem zweiten Homebeadie Ja, guckt, ich kann auch gut aussehen, ne? Eigentlich so scheiße sehe ich gar nicht aus So scheiße sehe ich gar nicht aus Wait a minute Jetzt noch ein kleiner Bonus Wer zu diesem Zeitpunkt eine Speise zu sich nimmt, sollte dies für einen Augenblick unterbrechen LG Putz, putz, putz die Zähne, sonst sind sie viel zu schmutzig Wer will weiße Zähne haben, der muss sie ganz sauber machen Putz und putz, drei Minuten lang, zweimal am Tag Putz, putz, putz die Zähne, brav Putz, putz die Zähne, brav